Frau Steininger, machen Sie auf! Mal wieder eine Pfändung! Ich bin's, Kowalski! Aufmachen! Oh, funny! Frau Steininger, Walter Jeromin hat sie in seinem Testament zur Alleinerbin gemacht. Was erbe ich denn? Ich glaub's nicht. So was hab ich immer geträumt! Das sind die Rosen von Jeromin! Ich bin Elia. Ich bin beklopft. Ding-Dong! 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 Elia ist ... Jeromin ist da drin! Hier, in der Urne! Du hättest mich ja veruhigt! Wenn das wahr ist, dann hat meine Mutter ... ... die 14 Jahre lang belogen ... ... und mich senkt sich! ... und mich senkt sich! Wir zwei dann uns doch nicht unterhalten, wenn wir nicht Vater und Tochter wären! Was wohl aus dem Werden wird? Ein ganz großer Fisch! ... ... ... ... ...